Martini hat für Erfurt eine ganz besondere Bedeutung. Man gedenkt dem heiligen Martin von Thur und dem großen Reformator Martin Luther. Im Mittelpunkt des Martinsfests steht das Teilen. Warum ist das Teilen eigentlich so wichtig? Weil dadurch andere Menschen auch glücklich werden und man selber auch glücklich wird, wenn man mit anderen teilt. Weil meine Freunde sonst Hunger haben. Wenn man Freunde hat, muss man teilen. Weil wir damit nicht nur uns, sondern auch anderen helfen. Und da gibt es ein Sprichwort. Das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt, ist das Glück. Und das sollte man auch teilen halt. Weil man dann viele Freunde findet. Weil die noch nicht alles haben und sie sind arm und weil da Krieg ist in den anderen Ländern. Weil das wichtig ist und außerdem, dass das der Glaube ist an St. Martin. Wenn man nicht teilt, würden alle traurig sein, weil Menschen, die nicht so viel Geld haben und sich etwas nicht leisten können, würden dann sozusagen benachteiligt werden. Weil die Menschen manchmal frieren und manchmal ist der Tod ganz nah und deshalb teilen wir. Weil manche nichts zu essen haben. Deswegen teilen wir das zu essen. Weil das für die anderen Leute schön ist und weil dann Martin vielleicht sich freut. Weil, wenn die anderen nichts haben, dass die dann was kriegen. Weil das mir Spaß macht. Weil das gut für andere Leute ist. Also wenn einer mal nichts zu essen hat und man ist mal so nett und gibt ihm was ab. Oder wenn man zu viel Geld hat und man gibt ihm was. Weil ich mit anderen Freunden bin. Echt. Dankeschön.